So, meine Lieben, eine ganz schöne und ganz tolle Frage. Was ist der Unterschied per Pizza zu eurer Partner-Company, wofür ihr euch entschieden habt, nämlich Forever, und dem ganzen Rest? Das ist ziemlich einfach. Uns gibt es noch und die anderen nicht. Spass beiseite. Also, es ist nicht nur Spass. Ganz viele Companies, die dachten, die könnten uns das Wasser reichen oder die so gehypt kommen, die gehen auch ziemlich schnell. Also, ja, ein Unterschied ist sicher noch, dass wir immer noch am Start sind. Seit 1978 sind wir immer noch am Start. Wir sind ein Milliarden, drei Milliarden Koloss. Der stille Riese, der wächst, so nenne ich das immer gerne, unsere Partner-Company. Wir sind eigenfinanziert. Und das muss ich vielleicht ganz kurz ein bisschen ausbauen hier. Ganz viele Firmen, vor allem digitale Firmen, werden hier aufgebaut von irgendwelchen jungen Influencern, irgendwelche Geschäftsleute, die neun Jahre Berufserfahrung haben und nach neun Jahren bauen sie eine Trading- oder eine digitale Company auf im Network-Marketing und heuern da ganz viele tausend von Menschen an, verkaufen ein paar Gratis-Reisen und glauben, dass es nachhaltig ist. So, wenn du uns mal unsere Company anschaust. Unser Firmengründer, leider nicht mehr unter uns, der hat mehrere Jahrzehnte Business-Erfahrung. Der war schon vor der Firmengründung einer der wohlhabendsten Menschen auf der ganzen Welt. Er hat sich ein Immobilien-Imperium aufgebaut. Das heisst, wir haben es mit der Familie Mann zu tun, die ein Immobilien-Imperium aufgebaut hat, die schon unglaublich reich und wohlhabend waren, bevor sie unsere Company gegründet haben. Und warum ich dir das sage, ist ziemlich einfach. Erstens, Expertise auf ganz hohem Level. Auf mehreren Branchen bewiesen, dass sie etwas in der Birne haben. Zweitens, es ist nicht nur eine Wissensspanne, ein Expertenwissen, was sich auf die letzten sechs Jahre beruht, sondern auf mehrere Jahrzehnte. Drittens, wenn du eine Firma aufbaust und vorher schon reich warst, oder ob du eine Firma aufbaust und mit der reich wirst, das sind zwei ganz andere Schuhe. Ein Paar Schuhe. Warum? Wenn du mit der Firma reich wirst, klar, bist du ambitioniert, bist du hungrig, logisch, dann triffst du aber vielleicht die eine oder andere Entscheidung auf den reinen Profit und nicht mehr auf den Menschen. Bis warst du hingegen vorher schon reich und wohlhabend und gründest eine Firma nochmals und baust die zu einem 3 Milliarden Koloss auf, dann kannst du mal von einer Sache ausgehen. Das sind Menschen, denen es nur von Anfang an um die Menschen ging, weil die hatten ihr Geld schon. Aber unser Firmengründer hat sich gesagt, hey, ich habe die wohl wertvollste Pflanze der Welt entdeckt, Aloe Vera. Ich habe die weltweit grösste Plantage aufgekauft, im Dominikanischen Republik Mexiko und Amerika. Und ich möchte jetzt einfach gerne Gesundheit, Schönheit, Vitalität in so vielen Haushalten wie nur möglich reinbringen. Mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Professionalität und mit den wundervollsten Werten. Und das ist unsere Company. Das macht uns so besonders. So, jetzt zum finanziellen Aspekt nochmals. Unsere Firma von dem ersten Euro, was investiert worden ist, bis zu den heutigen 3 Milliarden, die wir umsetzen pro Jahr, ist komplett börsenunabhängig. Das heisst, wir sind nicht auf der Börse. Wir haben keine Kapitalgeber. Wir sind finanziell unabhängig. Und da gibt es, glaube ich, eine Handvoll Firmen in dieser Grösse, die finanziell unabhängig sind. Weisst du, wie oft eine Firma bankrott geht? Nicht, weil die Produkte schlecht waren, sondern weil sie einfach auf der Börse sind und ganz viele Drittschwätzer da mitreden und die Firma kaputt machen. Das ist ein anderes Thema. Was der Unterschied ist zu unserer Firma? Und darüber müssen wir einfach mal reden. Und es gibt ja auch einen Grund, warum wir die meisten Einkommensmillionäre generieren. Es gibt ja auch einen Grund, warum es uns seit 1978 gibt. Es gibt ja auch ganz viele Gründe, warum wir so groß und so zu den erfolgreichsten und grössten Firmen auf der Welt gehören. Wir haben bewiesen seit 1978, dass wir 1, 2, 3 Finanzkrisen schon überlebt haben und immer noch auf dem Markt sind. Das kannst du einer Firma nicht gutschreiben, die fünf Jahre auf dem Markt ist. Ich sage immer meinen Leuten, startet nur, also nicht die Leute, die bei uns sind, sondern mein Freundeskreis, startet nur im Network bei einer Company, ohne Witz, das ist meine vollste Überzeugung, die mindestens 20 Jahre auf dem Markt ist. Jetzt sagt sie aber, Pepi, ja, aber eure Firma mussten ja auch ein paar Leute starten, damit ihr überhaupt die 20-Jahress-Schwelle erreicht habt, gehabt hättet. So, war das richtig deutsch? Weiß nicht. Ja, das stimmt. Trotzdem würde ich heute in der schnelllebigen Welt niemals, vor allem heute, das war es vielleicht, ja. Aber heute, niemals, in der heutigen schnelllebigen Welt, wo alles so rasant geht, Firmen kommen, bach ab in drei Jahren, ich würde niemals heute eine Firma beitreten, die nicht 20 Jahre schon auf dem Markt ist und alles schon bewiesen hat. Würde ich niemals. Hingegen, wenn sie es in der heutigen wilden Zeit schaffen, dann weiss man, es ist eine ganz gute Firma. Okay, so wie bei uns auch. Der nächste Punkt, und da eliminieren wir auch schon wieder 98 Prozent, alle Firmen, die da nicht mithalten können. Ich gebe euch mal ganz kurz eine Geschichte dazu. Ich habe bei einem Baukonzern gearbeitet, Milliardenkonzern in der Schweiz, und ich hatte einen sicheren Job, dachten wir alle. Dann ging ein, dann passiert ein Generationswechsel. Und diese Baufirma ist einer der weltweit grössten. Und es ging also von den Gründern auf die Kinder. Die Kinder haben diese Baufirma innerhalb von ein paar Monaten verkauft, oder wollten die verkaufen. Es ging alles bach ab. Und die ganze Firma fing an zu rütteln. Da sie so eine grosse Firma waren und so viele Kapitalgeber da involviert waren, haben die das irgendwie noch gerettet. Ganz viele Firmen gehen bach ab, sobald ein sogenannter Generationswechsel stattfindet. Also wenn die Gründer zu alt werden und das dann auf die Kinder gehen muss. So, und jetzt ganz wichtig, wir haben schon einen Generationswechsel hinter uns. Unser wundervoller Gründer gibt es leider nicht mehr unter uns. Er wird immer in unserem Herzen bleiben, logisch. Der Sohn führt das Unternehmen schon seit Jahren. Und der ging, und da gibt es Bilder und Videos, der ging von dem Magazin, von der Herstellung, von den Feldern, in jeder Station durch, hat jahrelang im Unternehmen als ganz normaler Arbeiter gearbeitet. Das ist eine verrückte Geschichte. Weil der Gründer gesagt hat, du wirst diese Firma nur leiten können, wenn du verstehst, wie unsere Firma funktioniert. Und der einzige Weg zu verstehen, wie unser 3-Milliarden-Konstrukt hier funktioniert, in 160 Ländern, auf den grössten Plantagen der Welt, der einzige Weg, das herauszufinden, ist, dass du jede Station, von den Ernten der Blätter bis hin zu jeder Lagerstätte, bis hin zum Kunden nach Hause, wenn du das alles verstanden hast. Und wir haben es bewiesen, dass wir generationsübergreifend das gemeistert haben, also weiterhin stabil und erfolgreich aufbauen. Das sind die Unterschiede zu ganz, ganz vielen Firmen da draussen. Zudem kommt noch der letzte Punkt, nebst all den schönen Punkten, die ich jetzt gerade erwähnt habe. Wir sind in 160 Ländern der Welt vertreten. Es gibt, glaube ich, keine Firma auf der Welt, die so eine geografische Fläche aufweist und das so geschafft hat, mit 160 Head Offices, also Offices vor Ort für das Land, wie wir es geschafft haben mit Forever. Das bedeutet für dich also, wenn du bei uns startest, ist, dass du von zu Hause aus, hier von der Couch aus, in 160 Ländern online, ohne Gebietseinschränkungen, ein unglaublich profitables Business aufbauen kannst. Weißt du, wie viele Firmen gibt es in ein oder zwei Ländern? Weißt du, wie viele Firmen gibt es in mehreren Ländern, aber nur du darfst in deinem Land arbeiten? Weißt du, wie viele Firmen haben Gebietseinschränkungen, die sind nicht einmal online? Und das sind wir nicht. Wir bieten dir die vollste Flexibilität und die 100%ige Freiheit, hier zu machen, was du möchtest. So, das wären, glaube ich, die wichtigsten Gründe. Shared dieses Videoteil, dieses Video, damit die Leute verstehen, was für eine wundervolle Firma hier wir haben. Wo ich unglaublich stolz bin, dass ich 2014, dass meine erste und letzte Network Marketing Company sein wird. Ich bin unglaublich stolz mit ganz, ganz viel Liebe und ich möchte, dass du gerne eine ähnliche oder eine bessere Erfahrung haben wirst in unserer Branche.